5, 4, 3, 2, 1 Wach holen Sorgen Alle saugen, bauen Strahl rein Auf den Sekundenfahrer saugen Und Fischus Echostorn Socken 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 Alle weg vom Strahl Socken 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 Stop now to sit my talent and go up Open you a new life for me Geht alle eure DEF-CDs jetzt, wir können euch nicht mehr heilen Ja, ist weg Rimm drüber Jeder, der jetzt einen Sog bekommt, geht sterben Außer ich hab ne Immunity Ja, obviously Aber ja Nutze jetzt alle gleichzeitig den Papa-Fisch und den Boss kicken, sobald der Papa-Fisch tot ist Ja, wir nuken alle den Fisch Alle nuken den Fisch Und alle auch schon mal Melee Baller dann Instant-Rave hoch 5 Sekunden muss man den Boss kicken Boss interrupten jetzt Keeper und helfe Bots, go Und zieh zweite Bots Morgen Healer in der Welt Ja, jetzt ist nur noch Überleben angesagt Nichts mehr saugen, gar nichts mehr verteilt euch Planend dann Solo Weg vom Strahl Wenn man Warlock geht, bitte auf die andere Seite Nach dem Dings Nach dem Dings Wenn das Dings vorbei ist, ja 15 Sekunden Papa-Fisch Dann rüber dann Wenn da noch nen Fisch zu dealen Einfach Boss machen Ne, ne, mach nen Fisch Einfach nen Fisch machen Mach den Fisch down, ja In 4 Sekunden mehr heilen Alle im Buff holen und nen Boss machen Jetzt passiert nix mehr, jetzt haben wir 4 Sekunden Zeit Wir hätten wahrscheinlich auch den Boss killen können Ja Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß Oh Gott Okay, okay Ahem